Zwei der größten Flüsse der Welt fließen hier durch? Das wusste ich noch nicht. Das nächste Land für unsere Weltkarte ist für seine Bekleidungsindustrie bekannt. Viele weltbekannte Marken produzieren dort ihre Textilien. Außerdem ist die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig in diesem Land. Dieses Land ist einer der größten Produzenten von Jute, einem vielseitig verwendbaren Naturfaserprodukt. Und seid ihr jetzt auf das Land gekommen, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Für die Flagge dieses Landes haben wir die Farben Grün, Rot und Weiß gemischt. Unsere loyalen Zuschauer wissen natürlich schon, welcher Ton dabei rauskommt. Es ist der Farbton Oase 5. Nun malen wir das passende Land mit dem entstandenen Farbton aus. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch. Die Amtssprache des Landes ist Bengalisch. So, seid ihr bereit für die Auflösung? Es ist das Land Bangladesch. Welches Land als nächstes? Such dir jetzt deinen Wunschfarbton bei uns im Color Picker aus. Mit einer Auswahl von über 100.000 Farbtönen aus vielen verschiedenen Farbkarten wirst du sicher deinen Wunschfarbton finden. Den du dir natürlich an einer Wand oder auch an einer Fassade anzeigen lassen kannst.